Alter, ernsthaft? Ich kann das gleich weg lassen. Ja, aber es liegt im Film. Dann musst du ja erstmal wegfussten. Und Dominik, freust dich? Muss ich ihn auch filmen, ne? Nein. Da ist ein oben oder unten. Jetzt machst du die Seite offen. Was ist los mit dir, Junge? Neues Video? Nein. Stimmt, jetzt gehen wir direkt. Jetzt. Jetzt zack, er ist da schön mit dem Cutter in die Ferge reingeschnitten. Was haben wir denn da Schönes? Das ist ja hinten. Du musst ihn mal umdrehen. Was ist hinten? Das ist vorne. Das ist vorne. Hast du das wirklich gefilmt, die Scheiße? Ja, natürlich. Wie er strahlt. Okay, ich verstehe auch schon. Das ist schon rot, oder? Der ist schon steif. Ja, ich kriege ja voll den Ständer, ey. Das ist ja nicht schlecht. Ja, das sieht geil. Was haben wir da noch? Das sind die Schrauben. Das sieht schon mal scheiße aus. Ja, die Platten kommen da hinter. Ja, guck mal, das sieht auch schon so richtig nach Gammelschrauben aus, oder? Ja, die Schrauben sind echt scheiße. Genau. Komm ab. So, da haben wir jetzt endlich neue Felgen für 2Kfx. Aber hochglanzpoliert ist ja schon ziemlich zu hälter, das kann ja nicht gehen. Deswegen müssen wir jetzt einfach eine Zeitreise machen, Dominik klatscht mal in die Hände. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.